und dann suche ich noch mal ein wenig ja das ist wie gesagt so die herausforderung die können jetzt hier noch ein fragezeichen abklappern auf dem weg wie es aussieht okay das ist hier irgendwo ist das vielleicht da wo ich einfach weiter rennen und hier sind übrigens auch diese komischen ja 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 so schlecht sieht sich aber gar nicht aus ich sehe es da rot war aber also mal gucken nach rechts neben uns ja hier kommt man durch ja schön aber ich glaube hier war ich weiß bis hier sogar schon schon das kann sein ja weil irgendwie geht es hier nicht weiter ja und das ist das problem ich war schon wirklich nahe dran aber es kam hier nicht weiter ja ich habe es hier schon war darin fischer erst mal um dann gucken wir mal andere seite gehen wir mal andere seite um den berg und dann müssen wir mal wirklich unsere flamme verbessern ja wie gesagt dafür braucht fehlt halt dieser ein kopf von irgendeinem boss auf jeden fall führt leinen und das war nicht das problem deswegen wollte ich ja unbedingt diese spindel haben damit ich die flamme verbessern kann aber ich habe doch meine auch schon verbessert ohne diese spindel weil ich hab hier auch noch nicht ja dann hast du woher leinen bekommen weiß ich nicht woher also okay ja wobei verbessern ist ja eins also nicht die reichweite vergrößern den bereich nun ich meine schon genau 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 ne weil da brauchst du leinen für ok oder unten unten anderen alten wasser aus leinen bauen kannst oder so rum und wie hier ist ein schwein ja sie sind echt nervig das sieht hier gut aus sicher was ja auch schon bestimmt möglich ja bin jetzt umgerannt auch gestorben definitiv also ich weiß nicht ob ich hier schon warten was sind das hier eigentlich nichts entnehmbares naja ist auch egal okay geht's nicht hier sind wieder nüsse nüsse hier ist aber eine höhle oder sehe ich das falsch ja das ist nun keiner eine nische quasi so sind sie hinter mir ein stück weit weg aber ich bin hinter ihnen auch gott kläder maus noch mal ja hier war ich auch schon ja ja die hülle kann ich nämlich hier war ich auch schon drin und habe keinen weg gefunden ok verdammt ja es ist wie gesagt es ist halt echt mit der spindel ein trauerspiel wirklich ich sehe schon ja ich das dann gemacht weil ich habe in der höhle mich nicht genug orientieren können also ich weiß nicht die brauchen aber ich habe schon legendären starb klingt falsch aber es ist nicht das ist ja aber auch falsch glaube ich ja hier ist das worte mir erst mal neben mir ich habe schon drin habe auch das ganze hier untersucht so ein bisschen nach irgendwelchen gängen wo man lang gehen muss ist jetzt unten ja jetzt hier landet ja jetzt nicht lang okay hier geht es durch das ist ja aber auch falsch glaube ich ja hier ist das worte mir erstmal nebenan nehme ich schon ja 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 wenn wir sind wieder kackekäfer kackekäfer was ist das denn die 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 rollenden kackekäfer ja da unten geht es nicht weiter deswegen das hier war ich das habe ich schon erkundet hier ja das ist wie gesagt ein trauerspiel mit dem ding hier ist auch nichts weiter und hier oben noch diesen ding war ich auch schon drauf man kommt nicht bis darüber gesegelt glaube ich ja wenn man müsste ja irgendwie darüber gesegeln dass man halt oben an dem berg sich dann orientiert ich guck gerade auch schlecht das ist wirklich sehr uncool so was übersehen wir doch wieder die noobs ja genau da hinten sind sorgen sollen aus dem roten jasmer ob man diese jump one mäßig nehmen kann kann man mal dahin gehen ne ich glaube aber ach du sie jetzt auch schon hin siehst ja genau ich glaube aber eher nicht wie habe ich das denn gemacht man ich weiß es nicht man ich bin verwunder ja da müssen wir irgendwie hoch ach nee das ist die brücke wo wir gerade rüber gelaufen sind ja man kommt aber den berg nicht hoch ich schätze wie man hat immer ich gucke mal kurz was tagebuch was ist im baum noch einen flammen altar ja man kann irgendwo noch man soll irgendwo noch in der gegend und am weiteren altar altar bauen mein gott ja was brauchen wir dafür keine ahnung habe ich jetzt mich noch nicht gekümmert ich will die spindel haben sein gott verdammt ja man hier ist es klammer reise durch das düster dickicht ich kann es nicht mehr lesen wirklich diese mutter kopf dem rauchen war ich glaube den hattest du doch den hatte ich schon ja den habe ich von dem boss hier besten samets vermächtnis da könnten wir mal hingehen dann lasse uns die verbessern da muss aber auch nichts von dann dann war ich doch das rote miasma ein stück ja okay also ich meine jetzt nicht die größe verbessern sondern die flamme fall das aber da war ich doch leiden das ist das ding gewesen das konnte ich doch nicht machen deswegen sich doch die handspindel das war doch das ding oder bin ich auf dem holzweg ich habe das ding verbessern wir wollen und dieser kopf das ist ein blauer kopf und den ich gefunden habe war aber ein grauer das war kein blauer kopf das war nicht der passende hier brauchst du kein leinen die flamme die flamme für zwei wachs salz funken haben wir mir erstmal holz feuerstein kohle und diesen plünderer mutterkopf mehr brauchst du nicht und wir haben ja gut erstmal holz ist schnell gemacht ja kohle ja keine ahnung ob er kohle genug haben aber plünderer mutterkopf war richtig das war genau der boss den ich letztes mal gemacht habe einmal reingang ich wollte mal zurück ja dann wollte ich mit was und dann gucken wir noch mal in ruhe obwohl halt auch ich könnte kisten auslernen inventar auslernen ja ich habe auch schon ja so viel ja komm so jetzt gucke ich hier mal werke der flamme warte mal ich gucke mal kurz ob das wirklich reicht ja das ist es und dann kommst du da nämlich auch lang ich gucke mir hier noch mal nach dem schädel ob es der richtige ist der mutter müsste aber eigentlich sein ich glaube es wird dunkel schon wieder ich werde man doch zurück porten ja oder was dunkel aber es geht gern abend das ist und donna wüstling kopf wir haben wochen ich noch einen anderen kopf ich habe heute reingepackt warte mal kurz ach vielleicht da ja hier in der mutter kopf hier guck mal das hat drin ist so ich nehme mal weil ich habe großen rucksack großen rucksack ist das jungen dann brauchen wir wachs 6 10 mal und zehn mal salz ich nehme auch die funken haben wir noch ein paar ich habe jetzt über 6 bei ja dann schenken mir mal dann schenke dir die 6 funge weg so vorher stellen haben wir auch nämlich auch erst mal nach so wir haben irgendwo dieses dieses wuchs baustelle baustoff ja ohne das ist eine gute frage ja hier ist schon mal wach ich gehe mal kurz einmal wo ist denn der schreiner da kriegt man doch glaube ich die blöcke freigeschaltende so wir brauchen mir erstmal holz kohle und wachs noch haben wir nicht nur genug wachs in der kiste drin ich glaube das reicht nicht aber wachs ist jetzt nicht so schön das geht auch schnell das stimmt kriegen wir auch haben wir acht mal das reicht nämlich nicht also wir brauchen noch dreimal wachs zweimal miasma holz und normal kohle neun mal kohle ok nein brauchen wir doch nicht weil hier war noch kohle drin ok aber jetzt einmal wachs noch wachs gesammelt ok ich gehe mal schnell mir erstmal holz holen gut ich wollte die bienenstöcke kalt machen nutzt ja nichts ich bin gleich wieder dauer die wölfe die hier sind die sind so lächerlich da stimmt für mich darum eine kreatur ich habe keine pfeile mehr na gut so schon am günstig erstmal holz da muss ich also das auf die nahkampf art machen so ok so ich könnte schon wieder kommen und du dies wie viel wachs brauchten wir vier mal war das hatte drei ach sammeln ist ja nicht schlimmer immer zu viel haben das ding ist ich finde jetzt erst mal keinen weil so ein bieten stock was glaub ich ich habe mir ring gefunden der gott ring so ich komme ich komme zurück und dann gucken wir mal wenn ich auf dem weg noch ein bisschen wachs finde wachs genau ist noch ein bieten stock so wachs und honig so haben sie sich wohl arg getäuscht mit dem flachs mit dem flachs nicht mit dem wachs mit der flamme meine ich ja das stimmt das war nicht notwendig warum habe ich denn da so also ich wollte vielleicht bloß wegen der rüstung das leiden haben das kann sein aber gut dann bin ich ja zufrieden wenn das rote erst mal dadurch zurückweicht so ich brauche dreimal das habe ich das kann ich liefern vier mal wachs das ist ja honig moment da wird sich immer wachs so lassen sie auch wenn man sieht es leider nicht aber dann hast du auch sieben minuten flammstufe erhöht drei stimmt so und wenn wir jetzt geschlafen haben und wieder dort nach oben reisen wirst du sehen ist kein miasma ach das siehst du sogar schon auf der karte ist jetzt alles blau nur noch das ist gut ja 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 das ist richtig gut wenn wir uns die spindel schnappen endlich ich mach drei kreuzer und jetzt kommst du auch viel besser zur stadt und so ja mit auflevelling der flamme machst du das rote miasma weg alles klar ist das ist nämlich auch das problem was ich jetzt habe weil um das nächste aufzulevelling auf 4 brauchst du den kopf gut überlicht und das ist dieses viel was ich nicht schaffe alleine ach ja stimmt wo ist so dunkel ich lege mal hier noch alles rein hier muss muss man gucken ich werde noch ein bisschen fleisch machen ja später was brauche ich denn für ach wir haben jetzt übrigens elf war elf kupfer ist nicht viel aber aber gut weiß auch extrem schwer zu bekommen weil der halt übelst lange dieser komische ring der hat plus acht ausdauer und plus zehn leben als du den bildst habe ich dann für welche habe ich schon zweimal ok ok heute kann ich erstmal verbrauchen die hier im inventar liegen so und dann bräuch schrottpfeiler hersteller jetzt hast du das ding an der backe man kann ja nichts erlegen schade gut gelöscht lagerfeuer holz scheiter ich will lagerfeuer machen kommen schon mann ja stimmt eine holz scheiter hier das hier das ist hier rum kann aber kurz sammeln ach so haben das war es demonstriert man gleich da kann ich jetzt wieder bauen natürlich kann ich nicht warum kann ich nicht bauen ist auch gut ja gehen wir erst mal ich bringe ja bestimmt alles durcheinander aber ich bin es ja irgendwie meine tasche ich habe auch gehabt wieder chaos vorgesagt also insofern drei passen du kannst ruhig haben dieses leuchtbewuchs dingsbums habe ich auch noch leuchtbewuchs ja dunken habe ich auch noch jelbe blume jelbe blume so steht es auch da ja verrückt am besten schon die besseren ja wo kann man die denn bauen die besseren dazu brauchen meine geld glaube ich habe ich da haben wir ja irgendwo ich bin wieder leer noch nicht weil ich will erst mal noch ein paar schrottpfeile bauen und ein bisschen lagerfeuer machen hier ist ja ich habe doch gerade noch der abgelegt dann hier ab wo die pflanze können wir hier auch lassen na ja ja heiltrank auch nicht im verbände ist ja gut ja ich brauche erstmal noch holz scheit weil ich mir essen machen will ja könnte ich auch gebrauchen aber ich habe kein fleisch ich gehe mal jagen ja ich mache das feuer erst mal schenkel eines tieres gut ist wolf auch genießbar ja man kann wohl vielleicht auch kochen also ich würde sagen dass also ich habe schon gegessen und ja ach das sieht so aus wie dieses rüppchen genau genau dort war ein scharf den balken gesehen und dann war weiten weg ein scharf ja ich habe doch fleisch gesammelt vorhin bei unserer tournee erst mal ein screenshot gemacht wie wir hier am feuer sitzen das lustig man so ich habe fertig ich habe noch hohes fleisch dabei augenblick ich habe schon mal gegessen schmied alles fit jawohl esse und heile erst mal ausdauer und müssen heile so wenn ich jetzt endlich leer genug doch für die tour bin ich da genug da will ich ach so weiter aber ich brauche noch holzfeile würde ich bauen noch hier quatsch holzfeile schon rot rot feile das war bei der jägerin naja ja 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 ach du kannst hier sogar leuchtfeuer feine ja das ist ja nicht mal so schlecht wenn du dunkel unterwegs bist es hört hier nicht auf ne ne da gibt es viele möglichkeiten das stimmt da bin ich herr sah alles klar so ja dann wieder nach norden genau wie immer dann ja auch genau und dann müssen wir mal echt gucken ob man nicht diesen schnell reise punkt auch noch kriegen ja sehr gerne bis zum nur am laufen richtig so request ist noch markiert ja ja nicht ja das kann doch nicht wahr sein doch bei dir sieht es eher aus als wenn du abstürzt vergleich zu dir glaube ich das ja ich kann ich hier noch ich kann hier hinten gucken komischerweise hoch nein auch idiot dass du mich bitte wiederbeleben ja klar ich habe dummerweise recht gemacht weil ich dachte mir so kann ich vielleicht nicht umgucken aber das sollte sich abbrechen dran und ich bin runtergefallen dass ich auch nicht lese was hier im display steht es ist wirklich krass immer da liegt da eigentlich irgendwas von mir weg das ist jetzt schon das zweite mal und was ist das letzte mal gewesen sein wahrscheinlich so erstmal hinsetzen und wir halten ich komme schon hier wollte ich das ja ich kann jetzt auch schon die dicken heiltränke machen cool dicken flaschen sie können ruhig vor ja kommen wir stark hat keine ausdauer mehr ich muss warten wo krass der ist so gut der neue boomerang der wingsuit darüber lassen richtung weiter weiß ich habe was den wingsuit die hat jemanden umzubringen ich auch schon mal weiter auch da bist du da bist du ja schon ja guck mal hier oben ist kein ohrhase die zwei ohrhase stimmt diese komischen fischer aber die rea ist ja jetzt auch mal gesehen die sehen auch nicht gut aus toll schon wieder hier na gut springen bringt nicht viel schön die wiese lang ja ausdauer ist irgendwie komischerweise ich weiß auch nicht wie man den die ausdauer erhöht man wird was hat dringend zum beispiel habe ich mir wasser wasser habe ich auch 40 in die 38 flaschen dabei war es ist was haben davon naja ein kannst du ja nicht wenn dann muss ich mal die 20 nehmen die hälfte geben na klar würde ich das mal ausprobieren denke so bitteschön zeichen mal sehr gut wofür ist eigentlich der der dritte kreis da oben einmal ist essen trinken und vielleicht noch unten wach schütze ich mal ich weiß nicht was ich habe keine ahnung man ich auch nicht wir sind doch das stimmt ich glaube einige zuschauer verzweifeln ja das würde mich nicht wundern wie glatt wir sind ich kann es ja wenn wir aufs alter schieben naja die fünf jahre sind jetzt nicht so großer unterschied also wo sind sie ja hinter ihnen wie immer richtig schwer hat genau musst du da auch mal die batterie wechseln und bisher nicht oder hat akku hat akku 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 so warte darum ist er pflanze ja das ding die sachen sind auch ganz gut die wir davon krass und kifft säcke gift säcke gut hier sich dann guck mal der erste interessante punkt dass jetzt die brücke wobei am anfang noch ein bisschen im roten mal stimmt ja hier müssen mal wieder ins blaue in dem blauen die ist eine blaue pflanze was das jetzt bringt mir erst mal sagt okay sehr gut die brosse naja auch noch was dachte ich mir die säcke ich glaube sogar für den zweiten rucksack aber ich bin mir nicht sicher ich bin wieder raus ich noch nicht ich habe lagerfeuer gesammelt lachs ich achte nach sie finden sehr gut wir brauchen unbedingt flachs wo wo ist er da so wir bleiben auf dem weg die erste brücken da ist wieder eine blume ja ich komm nix sehen so hab ein gift säcke ach so ist es nun aus wann bist du hässlich so ist das geil guck mal die sind immer noch tot hier ist nix rotes mehr was stimmt ich muss leider kurz mal was tun wenn du weg bist ich muss es immer wieder aber die brücke ganz ist ja stabil so jetzt ist bloß die frage kommen wir jetzt warte mal wir sind hier ich bin fast der meinung dass es nach links rum besser ist echt aber wir gehen auch nach gerade aus der wird erst mal geguckt ob man hier rumkommt da können sie auch aufteilen hey da oben sind blumen land sind wollen wir sie doch ich schließe mir das magazin der kampf wieder so ein schön helme auch nicht wo man damit auch nicht das haben so ok genau hier sind ja so so hier kommen wir ja nicht aber wie du siehst es ist nichts mehr gut das stimmt das ist sehr gut jetzt kommen wir hier auch durch ja durch und dort ist etwas erdbeeren 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 ein erdbeer ja da kommt jemand der sonne kommen wir können jetzt auch sieben minuten hier drin bleiben ja mann was wollen wir uns eigentlich wir haben eine mission die haben wir jetzt sind wir schon auf 250 meter ja guck mal was hier ist ein ding ich glaube hier kann man ein tempel ja was kann man hier tun nein hier kann man gar nichts tun eine ruine verdammt eine tempelruine ich glaube hier war ich noch nicht oder das würde mich wundern wie willst du denn hier warten sie kommen sie mal mit düster ich habe tatsächlich jetzt erfolg wieder bekommen lass uns die schnellreise hier aktivieren definitiv ja das macht es ein um einiges einfach so kurz mal prüfen was hier noch umliegt erst mal anscheinend nichts was ist hier hinten wir schon mal ruhig vor ich gucke mal kurz noch aber jetzt glaube ich ist lustig sachen erfüllen ja wie immer hier geht es auf dem balkon raus muss ich erstmal die komischen funken ich habe schon mal ich habe schon eins angemacht sehr gut hier laufen rollen bälle rum mein gott ja da bin ich schon lang ach schade sind ich schade okay wenn ich nie warte mal muss ja ich habe den zweiten aktiviert weil hier auch bälle waren kannst du kannst hier genau ich bin tot warten sie ich stehe genau da wo die blutze lang lang gehen ich versuchte man sollte eigentlich funktionieren vielleicht ja ich bleib natürlich genau da stehen wo die funken lang gehen um mich zu heilen ja also ich kann sie wieder sie müssten dann nur einen schritt zurück gehen wenn sie ja ich hoffe das funktioniert es funktioniert mein gott dankeschön erneut brauchst du ich habe verbände dabei okay so ich hab mal kurz noch weiter mich heilen und dann ja 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 okay weil hier ist schon das portal also ich höfst meistens oder so haben wir schon sehr gut so weiter stock doch doch auch einmal den jahren das ist echt so viel wert was glaube ich gern was denn nicht mehr so viele wohnen sie sind falsch aber kann sagen ja absolut muss ja dadurch die tür guckens hier genau diese tür sind wir dumm ja es bleibt dabei ja egal welches spiel es bleibt dabei so sind stauchen ohne ende hier so eine dinger da hinten ist schon der erste ach nee doch nicht oh gott aber guck mal was ich hier noch ja ich gehe einfach mal weiter gucken wird sagen wir teilen uns auf ach so früh jetzt schon drauf ein ne 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 ja weil ich überleg gerade hier oben war das symbol zu sehen aber ich konnte das nicht bedienen ach so warte mal drauf schießen aha drauf schießen sieh mal an eins hab ich aktiviert so hier auf dem balkon ist immer nichts zu finden das nächste ding drauf schießen und los ok ja ich seh zwei hm da ist noch eins so nummer drei äh nummer vier ist jetzt äh gefragt wo ist das wo ist nummer vier glücklicherweise auf dieser seite jetzt nach oben open hier ist nichts zum aktivieren schade das hat nicht geklappt autos und gestand jetzt nicht mehr dann gehe ich mal hier rüber was ist ah ja so stachen gehen aber nicht weg jetzt tatsächlich schade aber ich habe es geöffnet ok ok da ist das hier richtig das ist ja schon oben war genau doch ein stück was ist ja schon hinbekommen mit dem öffnen anscheinend wie auch immer so wie sie nochmal zwei weiter zum öffnen aber die hast ja schon gemacht so hier haben wir wieder einen balkon ohne truhe ok naja oh ja das ist wieder spannend bitte nicht sterben nein diesmal nicht aber aber es war ja geschafft wir haben es geschafft ja geil mann wie geil richtig geil und gucken jetzt kommen wir von hier aus einfach in richtung unseres neuen ziels warte kurz hier wird etwas gesagt von der flamme ok so dann können wir jetzt direkt dahin segeln wo wir eigentlich hin wollen also ich werde es vielleicht schaffen du könntest es schaffen ich wahrscheinlich nicht weil hier oben darauf landen das wird schweige ich schaff es nicht nein doch warte mal hier dann dann laufen sie nein ich glaube ich könnte noch ja aber ich glaube ich glaube nicht mal nach oben das sollte funktionieren ich bin ja fast schon ich habe wieder flachs flachs glaube es nicht ich bin ja voll der flachs sammler genau so ich bin oben oben aber ich glaube wir müssen wieder runter wir müssen runter nach unten oh Gott ich glaube hier ist keine Mühe das ist richtig gut weil damit kannst du die diesen komischen heiltrank da machen bei unserer kettenheilung bei alchemistik sie schon gerade ja das ist echt mega okay das ist selten was ist gut ich bin hier irgendwo ich bin hinter dir ich sehe wo du bist wo wir nicht kommen doch mal hier man kommt hoch guck mich an ich bin oben was aber ich glaube fast wir müssen doch wieder wir müssen nach unten was soll das da oben sein ich hoffe es nicht ach höhleneingang ne das ist ein höhleneingang wir müssen glaube ich nach unten ich legel mal nach unten okay weil hier ist mit erhöhten eingang jetzt auf 40 meter 30 meter ich sie müssten mich bitte retten oh sind sie gefallen ich bin ohne ja ich sehe da schon hinter den konnten freien oh gott psychoschweine wirklich was seid ihr für aggressive viecher also hast du euch bei euch könnte ich mein vegetarismus gleich überdenken wirklich jetzt steht 21 das stimmt dank stehen bitteschön du hast du gesehen mit einer heilflasche ja ich hab wieder ganz aufgefüllt so er hat nicht gesehen tatsächlich aber gut so wie sie hier ist das hier ist das die kennung die hülle kennt man die höhlen man kann hier hoch hier oben in young in der ziel und pilze kannst du auch sammeln und zu russula dann los und und leckten und leckere nach dass du meiner schlägstange schlag kommt so spinnen hinter dir ja jetzt nicht mehr ein ding irgendwas bei dir hier ging das irgendwie hinter so hinter so hier siehst du ich kenne das noch hier ist sehr gut war dann kommt aber meine meine haupte ist kaputt meine nicht aber ich krieg keinen kopf heraus o1 namens guten morgen das meine ich ja das ist so unglaublich anstrengend noch mal kopf also bei der ausdauer die immer wieder dann warten muss bis die hohe ist habe ich keinen bock mehr reicht schon mit kupfer hier sind jetzt ganz viele wie man aber die sind ja wie sie aber die kommen auch immer wieder also ach so gott sollten wir das hier holen oder verschwinden soll ich das nehmen willst du es nehmen ich nehme es gerne du kannst die stimmen gerne abhören blablabla aber hintermesser spinne wer sie ab hinter dem ja hinter mir ist ja eine tolle abwehr wo war dann mal kurz ist noch eine vor mir was ist das jetzt hier achten sie ach so jetzt ist vorbei ja jetzt ist vorbei also sind wir zu kosten minen wonach graben sie ihr scheitzeigen würzburg na gut wir haben auf jeden fall mehr ist hier auch nicht hier ist die achte ist ja ein spindel das war das ist noch weiter angeziehen ok cool welche spinnen plündern hier unten liegen geschätzt eine million ich sehe schon das ordentlich erkennen wir gar nicht das ist echt super das gar in das brauchen wir nämlich und man muss zum glück nur eh drücken ja richtig und der konkrete spiel mehr nach wie es aussieht jetzt hast du die ja genommen das war ja so lange geht das ja bis das sind das so direkt so lange so ja jetzt ab nach hause und ich will unbedingt die rüstung haben aber warte mal kurz ja genau wir müssen noch achten nur noch hin hinstellen ja genau das ist jetzt das das ziel also reisen reisen hier nach hause jawohl jetzt haben wir hier schnell ist der punkt neu entdeckt also insofern sind wir ja etwas mobiler geworden mega ja okay guck mal die sonne ist auch wieder am untergehen also die wegerin dann kriegt die hand spindeln und ich meine rüstung hoffe ich wo ist die spindel geschärftes breitschwert okay zerlinien da ist die hand spindel sowohl ich habe es auch kleiner auksack ach so gerne ich will die rüstung jetzt geht es nämlich los weitläufer set oder schützen kapuze wir haben dieselben also auch ein ding dieselben stats okay ne doch einmal so dieselben stats ich will gucken wie die mann der helm aussieht glaube der ist hier ein bisschen ja wir nehmen die schützen kapuze leinen so jetzt ist nämlich spannend leine was brauchen wir dafür wir brauchen dafür flachs klacks genau dazu müssten wir bete anbauen das so stimmt da ich habe bete schon gestellt ach so aber nicht genau für den flachs glaube ich ich nehme mal den flachs so dann brauchen wir auch noch diese komische erde glaube ich ihr flachs jetzt mal herstellen da bezieht also wir brauchen flachs einmal wasser also ich würde jetzt hier was machen weil wir flachs einmal check und wasser habe ich ja zweimal also genug genau wappel teilen ach so ist er fragt jetzt hin ich war auch hier vorne lachs ist weg ich habe es was eingepackt frax ist weg cool dann wird es schon gebaut ach stimmt arbeitet ja du musst auch das ist komplett angucken ich sehe mal weg hier steht es doch arbeitet vier minuten 33 meine herren das dauert dann könnten wir hier aber schon mal so eine erde erstellen und zwar auch bei der euren wo ist die alte noch mal keine ahnung wo die ist bist du die ja hast du noch einen boden ergenaure erde und knochenmehl knochenmehl müssen wir irgendwo in der kiste haben okay ich guck mal jetzt mal sachen da passieren ja ja es wird auch schon wieder dunkel genau genau noch einmal noch ein bisschen kochen hier sofern möglich ich muss noch mal knochenmehl machen war nichts haben wir gleich schade ja knochenmehl haben wir wirklich keins mehr als zwei nach gott ok gut ja das ist natürlich für die kann ich mal ein stapel knochen bitte ich habe zwei knochen dabei ich hab fünf hast du schon welche ich bin ich hatte man knochenmehl gegen glaube ich bei dem alchemisten bei dem alchemisten bei dem alchi alki 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 ala hallo knoich nennen wir die kielte platten die brauchen metallschrott für metallplatten ach er will hier der typ hier drin 50 und 24 aber ich lege trotzdem noch mal 50 rhein und ich krieg jetzt hier also zehn mal was ich dann jetzt herausfinden das abgeherrte ist du kriegst dann setzlinge und dazu brauchst du fahren werde die ich jetzt mache okay okay ich werde sie wieder hier an oder was die dinge dann ja ein wenig geduld ja gut ich habe ich versuche mich zu üben in geduld ich würde auch erst mal auf kage in kurz minion jawohl ich weiß dass ich ans feuer und gutes also bis gleich ja